Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Tabelle ausfüllen kann, wenn man daraus eine proportionale Zuordnung machen soll. Das Ganze gehen wir auch noch bei einer antiproportionalen Zuordnung durch, aber erstmal hier vorne das jetzt so. Proportional bedeutet, dass wenn sich das x verdoppeln würde, dann muss sich auch das y verdoppeln. Also das, was mit dem x passiert, muss automatisch auch mit dem y passieren. Das x nimmt jetzt hier verschiedene Werte an, 4, 8 und 10 und Fragezeichen. Und das y hat hier den Wert 6, Fragezeichen, Fragezeichen und 3. So ist die Tabelle zu lesen und die Pärchen hier gehören immer zusammen. Also wenn x 4 ist, dann ist y 6. Und wenn x 8 ist, dann ist jetzt die Frage, was muss dann y sein? Und da hilft uns hier vorne das Pärchen, denn wir können schauen, wie komme ich von der 4 auf die 8 und dasselbe muss ich dann hier unten mit der 6 machen. Also 4 mal was ist 8? 4 mal 2 wäre das. Und weil wir hier bei einer proportionalen Zuordnung sind oder auch nur deshalb, ganz wichtig, dann macht man oben und unten dasselbe. Mal 2 macht ihr hier, dann macht ihr hier unten auch mal 2. Wenn da mal 5 gestanden hätte, macht ihr unten auch mal 5. 4 mal 2 sind also 8, so haben wir das ja gebaut. Und unten genauso 6 mal 2 sind 12. Und schon haben wir unser erstes Feld in unserer Tabelle ausgefüllt. Gut, schauen wir mal weiter, wie wir das zweite Feld hier ausfüllen können. Wir würden nochmal genauso vorgehen. Wir schnappen uns hier vorne unser Pärchen, weil das, also von der 8 auf die 10 ist jetzt vielleicht nicht so einfach. Vielleicht kommen wir von der 4 auf die 10. Schwierig. Also 4 mal was ist 10? Vielleicht sind eure Zahlen auch ganz furchtbar. Deswegen sage ich euch oder würde ich euch raten, euch ein eigenes Feld anzulegen und erst mal auf eine 1 runterzurechnen. Weil von der 1 auf die 10 kommen wir dann ganz schnell, indem wir eben mal 10 rechnen. Das ist dann immer ganz einfach, von der 1 auf Zahlen zu kommen. Aber von der 4 auf eine 10 ist halt nicht so einfach. Also rechnen wir mal auf eine 1 runter. Das haben wir uns jetzt so selbst in unsere Tabelle geschrieben. Gehen wir mal hier vorne vor. Also von der 4 bis zur 1. Da kommt man drauf, indem man eben die 4 durch 4 teilt. 4 durch 4 ist 1. Also eine Zahl durch sich selbst geteilt ist immer 1. Und dasselbe müssen wir hier unten rechnen. Also durch 4. Weil wir eine proportionale Zuordnung haben. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Immer im Hinterkopf haben, ob es proportional oder antiproportional sein soll. Durch 4 durch 4. 6 durch 4. Okay, das ist jetzt auch nicht so einfach zu rechnen. Aber ihr könnt ja schriftlich dividieren. Dann mal los. Die 4 passt einmal in die 6 rein. Dann bleiben 2 übrig. Wir können nichts runterziehen. Deswegen müssen wir ein Komma machen. Eine 0 hier dran schreiben. 20 durch 4 sind 5. Und das geht dann Gott sei Dank schön auf. Und 1,5 ist unser Ergebnis, was wir hier zu unserer 1 schreiben können. Dann haben wir unsere Tabelle ein bisschen erweitert und können jetzt von der 1 super easy auf die 10 hochrechnen, indem wir eben mal 10 rechnen. 1 mal 10 ist 10. Und dasselbe müssen wir hier unten machen. Auch mal 10 rechnen. Beim mal 10 rechnen verschiebt sich das Komma ja einfach nur um eine Stelle nach rechts. Also aus der 1,5 wird eine 15. Und schon haben wir das auch ausgefüllt. Dann fehlt jetzt nur noch das letzte Feld hier in unserer Tabelle. Das ist diesmal oben. Also diesmal können wir oben nichts vergleichen, sondern müssen gucken, wie kommen wir von zum Beispiel der 6 auf die 3. Und da 6 zur 3, Gott sei Dank, das geht wieder einfach. Da müssen wir nicht so viel rechnen. Das ist 6 durch 2 ergibt 3. Und dasselbe können wir oben machen. Durch 2 rechnen. 4 durch 2 sind 2. Ihr könnt euch aber wirklich jedes Pärchen hier aussuchen, was euch gut gefällt. Also wenn ihr gesagt hättet, hey, ich will lieber das da haben, dann kommt ihr von der 12 eben, wenn ihr durch 4 teilt, auf die 3. Und dasselbe müsst ihr oben auch machen, dann durch 4 teilen. Dann kommt ihr halt von der 8 durch 4 auch auf die 2. Also ihr könnt euch die Pärchen aussuchen, die euch gut gefallen. Meistens sind es die kleinen Zahlen, weil man dann besser hoch- oder runterrechnen kann. Aber das kann auch anders sein. Sehr gut, das waren proportionale Zuordnungen. Und dasselbe jetzt noch mit antiproportionalen Zuordnungen. Was ändert sich da? Von der Art und Weise, wie wir die Pärchen hier sehen, ändert sich erstmal nichts. Also wir überlegen uns, von der 2 zur 4 kommen wir, indem wir mal 2 rechnen. Aber jetzt machen wir unten nicht dasselbe, also nicht mal 2, sondern eben durch 2. Also immer das Gegenteil von eurer Rechenoperation. Wenn ihr mal macht, müsst ihr unten durch machen. Wenn ihr oben durch macht, müsst ihr unten mal machen. Bei antiproportionalen Zuordnungen. Ganz wichtig. 6 durch 2 sind also 3. Okay, erstes Feld abgehakt. Dann schauen wir mal, wie der Rest aussieht. Hier von der 2 zur 10, das ist ja auch eigentlich ganz einfach. 2 mal 5 ergibt ja 10. Dasselbe müssen wir unten machen. Nein, nicht dasselbe, sondern antiproportional das Gegenteil. Nicht mal, sondern durch 5. Die Zahl bleibt dieselbe, aber durch Stand mal. 6 durch 5, das ist schon wieder sowas, was man nicht so einfach rechnen kann. Deswegen schriftlich, einmal passt die 5 da rein. Rest 1, dann wieder ein Komma und eine 0. 10 durch 5 sind 2. Zurückrechnen und ihr seid fertig. 1,2 ist also unser Ergebnis. Und dann lächelt uns hier eine wunderschöne Kommazahl an. Ja, also wenn ihr, jetzt müssen wir unten erstmal gucken, wie kommen wir von der 6 auf die 0,5. 0,5 geht jetzt vielleicht noch, aber vielleicht steht hier auch eine 0,4 oder eine 0,3 und dann wird es echt schon sehr, sehr schwer. Deswegen würde ich euch sagen, so wie eben auch, wenn ihr sehr schwierige Zahlen habt, dann rechnet erstmal auf die 1 runter. Diesmal müssen wir die 1 unten hinschreiben, weil wir wollen ja in der Zeile hier auf die 0,5, also von der 1 auf die 0,5 zu kommen. Das kriegen wir dann gleich hin. Wie kommen wir hier auf die 1? Naja, wir können zum Beispiel von ganz hier vorne 6 durch 6 rechnen, dann sind wir bei der 1 und das Gegenteil oben machen. Nicht durch 6, sondern mal 6. 2 mal 6 sind 12. Okay, das ging eigentlich relativ einfach, auf die 1 zu kommen. Und jetzt überlegen wir uns nur noch, wie kommen wir von der 1 auf die 0,5. Und auch da ist es jetzt bei der 0,5 vielleicht relativ einfach, weil manche von euch wissen, dass 1 durch 2 eben 0,5 ist. Aber es ist vielleicht nicht immer so einfach. Deswegen nutzen wir das, dass das eine 1 ist. Da können wir immer mal der Zahl rechnen, auf die wir wollen. Also mal 0,5. Das geht immer. Egal, wie furchtbar die Zahlen aussehen, von der 1 kommt ja immer sehr easy dahin. Und das Gegenteil müssen wir halt oben machen. Also durch 0,5 rechnen. 12 durch 0,5, da sieht die Welt jetzt schon anders aus. Durch eine Kommazahl kann man rechnen, indem man das Komma verschiebt, hinten und vorne am besten auch. Wenn wir es hinten um 1 verschieben nach rechts, dann wird da eine 5 draus. Vorne, wenn wir es um 1 nach rechts verschieben, müssen wir noch eine 0 dranhängen, weil da war ja kein Komma da. 120 durch 5, okay. 12 durch 5 wäre 2. 2 mal 5 sind 10. Ich bin im Kopfrechner nicht sonderlich gut, aber ich gebe mir Mühe. Dann bleiben 2 übrig. Wir ziehen die 0 runter. 20 durch 5 sind 4. 4 mal 5 sind 20 und wir sind durch. Da kommt eine relativ schöne Zahl raus. 24. Wer hätte das gedacht? Und die Tabelle ist fertig. Sehr gut. So füllt man Tabellen aus. Proportional und antiproportional. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Aufregung. So fielen.